Adrian Gimpel sagt... Kannst du nicht lesen? Der Adrian Gimpel sagt, wäre ganz geil, wenn du was zu dem Event sagen würdest und ein Fazit abgibst. Was er meint, ist natürlich Galileo Don't Stop Gaming und genau dazu gebe ich jetzt ein Fazit ab. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kommentare Bromentieren. Diesmal fast exklusiv zum Thema Galileo Don't Stop Gaming, denn dazu habe ich natürlich unheimlich viele Zuschriften bekommen. Vorrangig übrigens über Facebook, sei es über die Battlegrounds-Seite oder über meine eigene Fabian Siegesmund-Seite. Also nicht wundern, wenn diesmal wenig bis gar keine YouTube-Kommentare vorkommen. Die werde ich natürlich in Zukunft auch immer wieder im Auge behalten. Kommen wir also zur ersten, nächsten Sonstwas-Frage von Dennis Siemann. Der fragt, wie fühlt man sich nach 72 Stunden fast Dauerzocken? Ja, wenig überraschend, bin ich immer noch sehr müde. Klar, die Show ist seit Donnerstagabend vorbei, mittlerweile ist es Sonntag, aber ich habe den Schlaf mittlerweile noch nicht reinholen können. Ich bin also am Freitag sehr früh schon nach Berlin zurückgeflogen. Ja, und da warten natürlich Frau und Kinder und so einem Zweijährigen und einem Vierjährigen ist das total wurscht, ob man gerade vier Tage wach war oder nicht. Die wollen natürlich bespielt werden und da kann man auch schlecht Nein sagen. Insofern bin ich immer noch ziemlich im Arsche und ich fürchte, das sieht man mir auch an, aber wahrscheinlich wächst sich das jetzt irgendwann auch raus. Tatsächlich ist diese Schlaflosigkeit das gewesen, was mir bei dem ganzen Experiment am meisten Respekt eingeflößt hat. Vorm Dauerspielen habe ich natürlich keine Angst, das mache ich wann immer ich es kann, aber ich bin ein sehr schlechter Wachbleiber. Ich habe auch wenig Erfahrung damit. Das letzte Mal, dass ich so lange am Stück wach war, das war während meiner Bundeswehrzeit, konkret beim Unteroffizierslehrgang in Bayreuth. Ich weiß nicht, ob die das heute noch machen, aber wenn einer von euch da draußen da vielleicht schon ist oder da mal war und beim Thema Menschenführung Teil 4 aufhorcht, genau da war ich auch sehr lange wach. Wer die Show nicht kennt, wer das also vielleicht noch vorhat, ich habe keine Ahnung, ob die das in Bayreuth noch machen oder ob da mittlerweile schon jemand eingesprungen ist, weil es eigentlich menschenunwürdig ist, der wird wissen, ja, lange wach bleiben, das ist ein hartes Ding. Tatsächlich fängt man da nach einer Weile an zu halluzinieren und ich bin da während dieser Übung tatsächlich auch im Laufen mal eingeschlafen. So weit kann man tatsächlich, so müde kann man werden. So weit ist es natürlich bei Don't Stop Gaming nicht gekommen, bin ich aber auch ganz froh drum, aber trotzdem, das war natürlich schon, das war schon eine ermüdende Geschichte. Fabian Ritzig sagt, Glückwunsch, wann stellst du den Rekord von 135 Stunden ein? Tatsächlich hat ja ein Australier 135 Stunden Call of Duty gespielt, übrigens nach den gleichen Regeln wie wir jetzt auch, das sind nämlich die internationalen Guinness Buch der Rekorde Regeln für so Dauergeschichten, das heißt pro Stunde darf man 10 Minuten pausieren und das haben wir ja auch bei Don't Stop Gaming gemacht, haben viele gesagt, das ist ja blöd, das zählt ja gar nicht richtig. Nee, das ist tatsächlich so, wie man das macht, wie das zulässig ist und wie gesagt, auch der Typ, der 135 Stunden gespielt hat, hat nicht 135 Stunden am Stück gespielt, denn das ist, glaube ich, menschlich gar nicht möglich. Funda von Galileo hat ja schon mal diesen Test gemacht, das ist einfach wirklich das krasse Wachbleiben ohne Pause und da hat sie 108 Stunden am Stück geschafft. Also wirklich komplett ohne Pause und deshalb hatte ich auch großen Respekt davor, was sie denn da wohl zu leisten vermag, denn so lange am Stück Wachbleiben, das ist echt krass. Ich finde im Lichte dessen, dass ich nun weiß, dass auch diese 135 Stunden mit diesen 10 Minuten Pause jeweils pro Stunde entstanden sind, finde ich das gar nicht mehr so krass. Also wie gesagt, natürlich war ich auch vor der Show, vor Don't Stop Gaming schon ein paar Stunden wach. Das heißt, hätte ich wirklich 12 Stunden geschlafen bis zur Stunde 0, dann wäre ich ja deutlich erholter gewesen und wenn ich mir dann überlege, dann immer diese 10 Stunden, die 10 Minuten Pause pro Stunde geschickt einlösen, da kommt schon ganz schön was bei raus. Ich habe es nämlich immer so gemacht, ich habe tatsächlich, wenn ich aufs Klo gegangen bin, habe ich gesagt, so ich gehe jetzt aufs Klo, haltet mal meine Zeit an. Die anderen haben das teilweise gemacht, das war auch durchaus erlaubt, haben sich dann eine PSP oder eine Vita mitgenommen und dann galt die Pinkelzeit praktisch nicht. Ich habe ja gesagt, das ist irgendwie doch Quatsch, denn okay, dann laufe ich halt gerade rüber zum Klo und spare mir die Gehzeit vom Studio bis zum Klo und das zieht man mir nachher ab. Das ist doch irgendwie Blödsinn, denn wenn ich scheißen muss, dann muss ich scheißen und dann kann ich dabei auch noch daddeln, das ist ja so. Das heißt, hätte ich das gemacht, da wäre wahrscheinlich noch mehr Zeit bei rausgekommen, aber ich habe das sehr genau genommen. Tatsächlich hat das Team das auch sehr genau genommen, also das Galileo-Team. Beim ersten Mal dachte ich, so ich gehe jetzt mal aufs Klo oder ey, was wird das hier erstmal Bescheid sagen, ich muss eine Stoppuhr machen. Das hat mich fast noch am meisten belastet, dass ich wusste, dass das Team genau weiß, wie lange ich wann aufs Klo gehe. Ein bisschen unangenehm gewesen. Ja, um auf die Frage zurückzukommen, wann stelle ich den Rekord ein? Ich glaube, ich stelle den nicht ein, ich habe da auch keinen besonderen Ehrgeiz, ehrlich gesagt. Und insbesondere, wenn die Latte bei 135 Stunden Call of Duty hängt, dann, Fabian Schröder möchte wissen, was ist das hier heute? Ein Fabian-Special, cool. Wie hält man es aus, rund 50 Stunden am Stück nur Battlefield zu spielen? Und warst du am Grübeln, einfach aufzugeben? Wobei ein Fabi natürlich nie aufgibt, sagt der Fabi. Das war relativ leicht, tatsächlich die 50 Stunden Battlefield durchzuspielen. Es wurde für mich nur ein bisschen, also meine Tiefphase kam so ein bisschen, als wir Echtzeitstrategie spielen sollten, wobei ich das eigentlich auch ganz gerne mache. Aber wir hatten halt die Wahl zwischen Civilization und Age of Empires 3. Und das Age of Empires, das ist jetzt auch nicht so gut gealtert. Ich habe dann nach einer Weile einfach mal aus Eigenregie Company of Heroes 2 gespielt, obwohl ich das auch schon lange nicht mehr gespielt habe. Aber das hat mir dann auch wieder Spaß gemacht. Aber Battlefield ging überraschend gut. Gut, es hieß auch irgendwann, so jetzt könnt ihr spielen, was ihr wollt, dann haben wir wieder Battlefield gespielt. Also das ging wirklich, das ging wirklich gut. Macht mir offensichtlich sehr viel Spaß. Ich habe auch nie darüber nachgedacht aufzugeben, denn ich war bis zum Schluss eigentlich relativ entspannt, was mich auch sehr überrascht hat. Denn wie gesagt, ich hatte ein bisschen Respekt vor dem langen Wachbleiben, habe das aber tatsächlich so gar nicht gemerkt. Das ist ja auch eine besondere Situation, gerade wenn eine Kamera dabei ist. Das merkt man bei so Tests. Also dann ist man einerseits zwar ein bisschen schusseliger bei diesen Reaktionsdingern. Also ich habe das ja gesehen mit dem Stöckchenfang. Da hätte ich gedacht, da packe ich die, die packe ich alle. Das ist doch kein Problem. Wenn dann aber, wenn man aber weiß, man hat nur einen Versuch und die Kamera guckt zu und Menschen gucken zu, dann klappt es plötzlich nicht so gut. Und andererseits pusht mich zumindest sowas auch. Also ich würde dann, glaube ich, nicht vor laufenden Kameras sagen, ich kann nicht mehr, bitte, tragt mich raus. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ne, von daher, aufgeben war da keine Option. Tobi Starnik dachte, das geht so lange, bis nur noch einer übrig ist. Oder warum habt ihr denn nach 72 Stunden aufgehört? Tatsächlich wusste ich von vornherein nicht, wie lange geht denn das Ding. Ich bin davon ausgegangen, ja, so bis Mittwoch, Donnerstag spätestens, da ist das ja eigentlich im Kasten. Das war nie so angelegt auf, wir schauen mal, bis keiner mehr steht. Übrigens bei der Gelegenheit, Last Man Standing, war eigentlich mal so drauf ausgelegt, dass tatsächlich, dass wir da so lange spielen, bis nur noch einer steht und der gewinnt dann. Aber das ist auch so ein Ding, das kann man machen mit Leuten, ich sag's mal ganz krass, die nichts Besseres zu tun haben, die dann auch sagen, ja, da bleibe ich mal eine Woche wach, kein Problem. Aber du kannst einem Gronkh, einem Sarraza, einem Pete Smith schlecht sagen, du hier, sei mal eine Woche wach. Denn die haben natürlich auch ein Geschäft zu führen, sag ich mal, einen Kanal zu betreiben und wenn die dann eine Woche ausfallen, das ist natürlich für die, das ist ja deren Arbeit. Und das kann man schlecht machen. Und insofern war es mir eigentlich klar, dass das nicht bis Ultimo geht, denn wenn ich es drauf hätte ankommen lassen und gesagt hätte, okay, ich bleibe jetzt 150 Stunden wach und spiele da schön weiter Battlefield, da hätte ja auch das ganze Team, das mehrköpfige Galileo-Team damit durchziehen müssen und die haben ja auch mal Feierabend, die haben schon in mehreren Schichten da eben rotiert. Aber sowas muss man ja auch irgendwie planen, da muss man einen Arbeitsplan machen und Galileo läuft ja als Show auch weiter. Da kannst du nicht sagen, wir machen das jetzt die ganze Zeit. Deshalb war es mir schon klar, dass da irgendwann ein Ende ist. Ich hätte gesagt, also spätestens, ja, tatsächlich dachte ich, es wird irgendwann zu einer Galileo-Sendung enden, damit man das schön rund hat. Ich hätte gedacht, Donnerstagabend, spätestens Freitagabend und warte dir jetzt da auch nichts dagegen, dass es nur der Donnerstagabend geworden ist. Ronny Sluka schreibt, lieber Fabian, falls du das liest, was ich hiermit tue, mich würde ja mal interessieren, was du selbst von der Wissenschaftlichkeit dieses Experiments hältst. Also einerseits von der Methodik und andererseits vom wissenschaftlichen Nutzen. Tja, also das Experiment selbst war im Prinzip ja eigentlich zwei Experimente in einem. Und die beiden haben sich gegenseitig eigentlich ein bisschen behindert. Zum einen gab es den Test, was passiert denn, wenn ein Nichtspieler, ebenso wie Jan oder Funda, wenn die eine Weile zocken. Was passiert dann, was das räumliche Vorstellungsvermögen angeht, was Reaktionszeiten angeht, was peripheres Sehen angeht und so weiter. Das ist eigentlich der eine Versuchsaufbau. Der andere Versuchsaufbau ist natürlich, was passiert, wenn einer lange spielt und dabei nicht schläft. Das sind ja eigentlich zweierlei Schuhe. Und ich würde sagen, das behindert sich auch gegenseitig. Denn wenn Funda und Jan zum Beispiel im Laufe der Spielzeit merken, sie werden immer reaktionsschneller oder haben immer eine bessere räumliche Vorstellung, dann baut das natürlich auch gleichzeitig ab, wenn sie immer müder werden. Das heißt, die beiden Versuche behindern sich so ein bisschen. Das war auch das, was Christian Roth, der Psychologe, der die Show begleitet hat, natürlich auch selber gesagt hat. Nichtsdestotrotz fand ich, war das immer noch ein interessanter Versuch. Also sauberer wäre es gewesen, wenn man gesagt hätte, man setzt jetzt Funda und Jan dahin und lässt die mal zwei Wochen, jeden Tag ein paar Stunden spielen und guckt dann nach den zwei Wochen, wie hat sich das entwickelt. Jetzt ist aber natürlich klar, fürs Fernsehen ist das nicht sonderlich spannend. Und, denn da passiert ja eigentlich nicht viel, aus dem gleichen Grunde waren auch so diese Reaktionstests und so weiter, eher haptische Tests, also Stangen fangen und der heiße Draht und so weiter. Sauberer wäre es gewesen, das hat auch wieder Christian Roth gesagt, sauberer wäre es eigentlich gewesen, das auch gleich am Computer zu machen, sprich Reaktionstest am Computer und Geschicklichkeitstest, Hand-Augen-Koordination am Computer, damit man da auch eine stärkere Vergleichbarkeit hat. Nun, sei es drum, ich finde, man hat ja trotzdem auch gesehen, dass Funda und Jan sich ein bisschen da in ihren Fähigkeiten verändert haben und man hat insbesondere auch gesehen, dass Franziska, Marco und ich, ja gut, Marco wurde nicht getestet, aber Franziska und ich, anders auf diese Veränderungen reagiert haben als Jan und Funda. Also wir sind ja eher besser geworden im Laufe der Zeit. Uns hat das Spielen auch nichts ausgemacht und man hat, gut, Jan möchte ich ausklammern, der war ja wirklich körperlich verletzt, aber Funda kam dann irgendwann zu dem Punkt, wo sie gesagt hat, ich kann das jetzt nicht länger, ich kann jetzt nicht länger spielen. Sie hat so ein bisschen Motion Sickness bekommen, wenn man Augen zumacht hat, meinte sie, da hat sich da ständig immer alles bewegt. Sie hat teilweise Hand-Einblendungen so in der Welt gesehen, der eine oder andere von uns wird das kennen. Ich hatte das tatsächlich auch schon mal. Und das heißt, sie hat deshalb aufgegeben, obwohl sie eigentlich ja mit diesem Schlaflosexperiment, mit 108 Stunden die reine Wachbleibenzeit, die hatte sie ja wirklich drauf. Aber dazu eben noch das Spielen, da hat man gemerkt, das ist für jemanden, der spielen nicht gewohnt ist, nochmal eine ganz eigene Herausforderung und das ist dann trotzdem auch wissenschaftlich halbwegs interessant und valide gewesen. Und was zweifellos interessant war, zu sehen, wie Jan und Funda sich eben in der Zeit weiterentwickeln. Jan war ja anfangs völlig überfordert, der wusste also auch gar nicht, der hatte noch nie Shooter gespielt, was ich auch so eigentlich noch nicht erlebt habe und wusste gar nicht, wo lege ich meine Finger hin und wie bewege ich die Figur. Er hat es also auch bis zum Schluss nicht geschafft, seine Hand einfach auf WASD liegen zu lassen. Er hat also immer mit dem Zeigefinger über der Tastatur geschwebt und hat dann halt immer nur mit dem Zeigefinger die Tasten gedrückt, die er eben gerade brauchte, was ihn natürlich regelmäßig, wenn er nachladen oder irgendwas benutzen musste, vor große Herausforderungen gestellt hat. Was ich total faszinierend fand, wie schnell Funda sich in dieses ganze Gaming-Phänomen eingelebt hat. Also ihr habt natürlich das Spiel Borderlands sehr großen Spaß gemacht, da muss man auch sagen, Borderlands funktioniert natürlich auch gerade im Bereich der Shooter am allerbesten, was diese, ich möchte fast sagen, Suchtspirale angeht, also eben die Dauerbelohnung für Hochleveln, neue Waffen finden und so weiter. Dann kommt eben noch die Geschichte dazu, dass man das im Koop spielt und Funda sich auch sehr schnell auf die ganze Teamspeak-Geschichte eingelassen hat und daneben auch einen irren Spaß daran hatte, einfach dann zusammen da was zu erleben und das hat Jan auch entdeckt. Der meinte dann auch zwischendrin mal, ich habe das mit halbem Ohr mitbekommen, da hat er zu einem seiner Mitspieler gesagt, weißt du was, wir kennen uns gar nicht, aber ich finde das total super, dass wir das hier zusammen erleben und allein das, finde ich, ist schon ein tolles Ergebnis gewesen, wo man eben auch gesehen hat, also auch normale Menschen, nee, das ist ja schon falsch, das ist ja schon gerade das Fernsehdenken, also auch Nichtspieler können sehr schnell eben dieses Erlebnis Computerspielen für sich entdecken und das, finde ich, ist eine tolle Botschaft gewesen. Steffi Stalin möchte wissen, wie findest du die Darstellung von Galileo bezüglich der Ergebnisse des Don't Stop Gaming Events? Die Skepsis gerade hier in den YouTube-Kommentaren und auch bei Facebook war anfangs schon relativ groß, beruhend auf Erfahrungen, die wir als Gamer mit Berichten von Frontal21 und grundsätzlich den Massenmedien gemacht haben, die ja Gamer gerne mal als Idioten oder ungewaschenes Pack und oder Amokläufer darstellen. Und tatsächlich habe ich mich da auch gefragt, oh, gerade als ich gelesen habe, da ist dann ein Spieleforscher mit dabei, normalerweise gerade ARD und ZDF ziehen dafür gerne die Herren Spitzer und Pfeifer her, weiß nicht, ob ihr die alle kennt, der Spitzer ist ein Hirnforscher, der, also der Meinung ist, dass alles, was irgendwie medial ist, Fernsehen, Computerspiele, alles, das ist alles Müll, alles gefährlich, hat selber zehn Kinder, keine von denen darf Fernsehen und der, ja, der Pfeifer und seine Schwester, die kennen die meisten von euch, die eben auch mit einem, mit einem kreuzzüglerischen Ehrgeiz gegen Computerspiele hetzen. Der Christian Roth aber, der das als Psychologe und Spieleforscher begleitet hat, der war selber eben oder ist selber begeisterter Gamer und da hat man schon gemerkt, okay, die Herangehensweise an das Thema ist diesmal offensichtlich ein anderes und wenn ich mir jetzt so im Nachhinein die Berichte anschaue, ist es ja schon so, dass Franziska und ich als die Gamer sehr gut weggekommen sind in dem Bericht. Also da hieß es dann irgendwann, ja, der Fabian, der Pro-Gamer, der hat natürlich ein viel besseres räumliches Vorstellungsvermögen und der reagiert schneller und so weiter. Und das hat man ja auch in den Tests gesehen, ich glaube, ich war der Einzige, der die Tests mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen, mit diesen Würfeln, also auch bis zum Schluss mit 100% immer richtig gemacht hat. Und was noch viel wichtiger ist, nicht nur haben wir als Gamer irgendwie als, in dem Fall, ich möchte nicht sagen die Besseren, aber zumindest die in diesem Bereich irgendwie tauglicheren Menschen dagestanden, sondern auch als ganz normale Menschen dagestanden. Denn wenn man sich jetzt den Marco anschaut, die Franziska anschaut, mich anschaut, wir sind, glaube ich, wir stehen so in der Mitte der Gesellschaft. Und wenn das auch das ist, was dem geneigten Galileo-Zuschauer aufgefallen ist, dann wäre mir das natürlich sehr recht. Es wäre ein leichtes gewesen zu sagen, okay, wir nehmen hier einen schwarzhaarig gefärbten, blassen, bebrillten Vorzeigen-Nerd und setzen den da hin und lachen uns ins Fäustchen, wie Gamer wieder doof aussehen. Und genau das hat eben die Galileo-Redaktion nicht gemacht, sondern hat, ja, repräsentative Gamer einfach da hingesetzt, auch wenn ich den Begriff des Gamers irgendwie so bescheuert finde, weil das eigentlich auch wieder sowas ist, was sich die Massenmedien mehr oder weniger angeeignet haben. Ich sage ja, ich bin Computerspieler. Und gut, aber das finde ich eben, ist ein schönes Ergebnis. Und außerdem habe ich das von vornherein auch schon gesagt, ich fand es sehr spannend zu schauen, was passiert denn wirklich auch in meinem eigenen Gehirn. Und auch das fand ich in der Show sehr interessant. Ich weiß nicht mehr so genau, wie detailliert das besprochen wurde, aber es war tatsächlich so, dass man anhand meiner Hirnströme gesehen hat, dass ich beim Battlefield-Spielen entspannter bin, als wenn ich einfach nur da sitze und die Wand anschaue. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Da kann man sich natürlich auch fragen, inwiefern ist das Training, inwiefern habe ich mich da selber quasi drauf konditioniert. Ich habe neulich auch ein Buch gelesen über, kann man fast nicht sagen, aber über Psychopathen und wie die so ticken. Und da war auch ein Test, ein ganz ähnlicher Test dabei. Den haben sie mit einem Special Forces Soldaten gemacht. Der sollte sich ähnliche Empathie-Bilder anschauen, wie wir die im Test auch hatten. Und man sah in seinen Hirnströmen, bevor der Test losging und er angeschlossen wurde, war er auch relativ angespannt, weil das natürlich eine schweißtreibende Situation ist. Und als es dann losging und die Schockbilder kamen, dann fuhr der also, was die Hirnströme angeht, fuhr der ganz runter. Dann hat er sich quasi ganz auf sein Training konzentriert, und ohne das auch wirklich, glaube ich, bewusst beeinflussen zu können. Und war dann eben ganz ruhig. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja bei mir genau das Gleiche gewesen. Das sind aufregende Bilder, da explodieren Sachen, da wird rumgeschossen und trotzdem bleibe ich dabei ruhig oder werde gerade dann noch ruhiger, als ich sowieso schon bin. Und das ist auf jeden Fall ein interessantes Ergebnis gewesen. Auch sehr interessant war, dass immer, wenn ich bei Battlefield 4 gestorben bin, sind alle Bereiche in meinem Hirn voll durchblutet gewesen. Ihr habt das ja bestimmt im Bericht auch gesehen. Man sah immer das Hirn, wo viel Blut ist, wo viel Aktivität ist, da war es rot und wo wenig war, war es blau. Und bei mir war es immer nur so blau, grün. Aber sobald ich tot war, boah, ein ganzes Hirn, Lampmann. Also das hat mich dann schon wohl gepackt. Und bis zum Respawn ist also die Welle wieder runtergegangen. Es wäre also einfach gewesen für die Redaktion, da sowas draus zu dehnen. Schaut euch mal den Gamer an, der sich offensichtlich so abgestumpft hat, dass ihm die ganzen Explosionen nichts mehr ausmachen. Aber nein, die Aussage war, ey, das macht ihm Spaß. Er nimmt ja als Entspannung wahr. Und das ist für ihn eben kein großes Gemetzel. Genauso auch wie bei dem Empathietest, wo wir ja teilweise echt eklige Bilder anschauen sollten und dann auch wieder schöne Bilder anschauen sollten und das einordnen. Hat sich letztlich gezeigt, ich habe mir die grausamen Bilder, gerade die grausamen Bilder mit am längsten angeschaut. Allein, weil ich das, glaube ich, auch rationaler trennen konnte. Die Aufgabe war nämlich, sortiert die Bilder nach, wie farbintensiv ist das Bild? Also schwarz-weiß wäre eine Eins. Und super knallig bunt, Happy Hippo, Teletubby, Werne 10. Und die zweite Frage war, wie angenehm ist das Bild? Diese erste Frage mit der Farbinformation, die ist natürlich so ein bisschen irreführend gewesen, denn letztlich war nur ausschlaggebend, wie lange schauen sich die Leute die Bilder an? Und man kann, oder es ist ein bisschen ein wackeliger Test, das hat der Psychologe auch gesagt, aber man kann da so ein bisschen schauen, naja, wer drückt denn das Bild schnell weg und möchte es einfach nur loswerden? Der ist vielleicht besonders anfällig oder der findet solche Bilder besonders eklig. Und ich habe mir eben diese Bilder zusammen, wie Funda übrigens auch, besonders lange angeschaut, weil ich das eigentlich relativ gut trennen konnte. Ich habe mir das Bild also angeschaut, sei es ein geplatzter Kopf oder ein abnimmendes Bein oder was, und habe überlegt, wie viel Farbinformation ist da drin? Okay, das ist eine 3, das ist nicht ganz so bunt wie eben noch die Gedärme oder so weiter. Und habe danach auch sehr genau unterschieden, wie fies finde ich jetzt das Bild? Finde ich das genauso fies wie das davor oder eben nicht? Und habe da eben unterschieden, zum Beispiel, oh, halber Kopf und da liegt noch das Auge daneben, das ist mir sehr unangenehm, das ist eine 1. Nächste Bild, Kriegswirren, Leute am Zaun aufgehangen, ist natürlich auch ein fieses Bild, aber es ist nicht so fies wie das Bild davor, deshalb nur in Anführungsstrichen eine 2. Jan und Franziska waren da aber viel schneller, die haben gesagt, oh, Leiche, oh, 1, oh, noch eine Leiche, oh, 1, oh, Verstümmelung, 1. Und ich habe das eben stärker unterschieden. Und da wäre es auch wieder ein leichtes gewesen, zu sagen, ja, schaut euch mal hier den Pro-Gamer an, der hatte offensichtlich Spaß dran und der guckt sich das zum einen so lang an, warum guckt er sich das so lang an, der ist doch ein bisschen krank im Kopf, zum anderen, warum kann der das so sauber trennen oder versucht es zumindest so sauber zu trennen. Das heißt, auch da wieder, es wäre eine leichte Vorlage, eine schöne Vorlage gewesen für Galileo, da das klassische Frontal 21-Ding draus zu machen, nämlich Gamers sind alle bekloppt, hat Galileo nicht gemacht. Und das finde ich sehr vernünftig und zeigt eben, dass man da auch versucht hat, sich möglichst neutral bis positiv der Sache anzunähern und da bin ich natürlich sehr froh drüber. Das wichtigste Ergebnis von Don't Stop Gaming ist für mich aber ein ganz anderes, und zwar die Erkenntnis, was ich doch für eine fantastische Community habe. Ich muss euch da unendlich danken, dass ihr mich wirklich durch dieses Experiment hindurch getragen habt. Wir haben ja, die Jungs vom Suicide Buggy Squad, haben ja ihren Teamspeak-Server auch eröffnet, dass da auch viele Leute rein konnten, die dann zwar nicht unbedingt sprechen, aber zumindest zuhören konnten. Und da waren teilweise 80 bis 100 Leute drin. Auch zu den unglaublichsten Zeiten, nachts um 4, 5 Uhr, waren da immer noch Leute dabei, die bereit waren, mich da so ein bisschen mit zu unterstützen, die auch geschrieben haben, hey, wir ziehen das gemeinsam durch. Ich wusste, zu jeder Zeit ist da jemand, mit dem ich reden kann, der auch mit mir spielt, der auch sagt, hey, 5 Uhr morgens, lass uns Battlefield spielen gehen. Das war ganz, ganz fantastisch. Und wie gesagt, für mich eine große Hilfe. Und auch, als ich dann zum ersten Mal live gestreamt habe, auch eher spontan, wie viele Leute das sich dann angeschaut haben. Und das ist wirklich, ich glaube, vor dem Hintergrund, wenn das so laufen würde, würde ich jeden Gaming-Rekord sofort brechen, weil ich wüsste, ihr seid da mit dabei und ihr tragt mich da durch. Und deshalb, die eigentlichen Gewinner dieser ganzen Geschichte seid ihr. Vielen, vielen Dank. Ihr seid super. Da bleibt zum Schluss nur noch eine Frage, die immer wieder kommt. Und diesmal kommt sie von Tommy Lee Tennessee, der fragt, wann kommen denn endlich die restlichen Tutorials? Aufklärer, Sturmsoldat, Jet-Tutorial, etc. Tja, ihr habt gemerkt, ich war in der letzten Zeit ziemlich umtriebig. Na gut, erstmal war ich zwei Wochen krank, dann eine Woche Don't Stop Gaming, dann schlag den Panther. Nächste Woche übrigens, nächstes Wochenende am 8. März, wieder Let's Play Poker. Am Samstag ist das. Das heißt, da bin ich auch wieder aktiv. Und die kommende Woche muss ich dann auch erstmal das aufarbeiten, was ich bei Studio 71 in den letzten 2-3 Wochen habe liegen lassen. Also, ich fürchte, das wird alles recht spät. Und, ähm, zumindest eins kann ich versprechen, im nächsten Tutorial wird, wie das viele von euch gewünscht haben, Mashed 8, wird ein Teil beitragen. Der ist ja großer Fachmann, was Waffenstatistiken angeht und Waffenwerte angeht. Ich bin da ja eher so, pff, sieht gut aus, damit schieße ich. Das heißt, der wird ein Teil beitragen zum Sturmsoldaten-Tutorial. Aber, wann das fertig ist, halte mich da jetzt eher, ähm, äh, vage und sage, es kommt when it's done. Dann, sag ich mal wieder, danke fürs Zuschauen. Auf der linken Seite könnt ihr die letzte Bromentarshow anschauen, rechts mein letztes Let's Play. Wenn ihr Fragen an mich habt, ballert sie in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich wie immer über Daumen nach oben und Abos. Dankeschön. Ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.